Ja, ich schwitz, soll ich mir jetzt ein neues Hemd anziehen oder was? Soll ich jetzt bügeln? Soll ich jetzt das Bügeln anfangen? Soll ich jetzt echt das Bügeln anfangen? Ich müsste ein Hemd bügeln. Die Frage ist, haben wir überhaupt ein Stromnetz? Komm, wir bügeln was. Wir bügeln ein weißes Hemd, dann kann ich schwitzen wie die Sauer. Ist mir egal. So, ich hole das Bügelbrett. Jimmy, du hältst hier Wache, bitte. Das ist ein Morganes. Das mag er nicht. Moment mal, wie mache ich denn das? Wie mache ich denn das? Machen wir es so. Ne, so. Ich bin ja hier. Hier bin ich ja. Sehr gut. Ich bin ja hier. Vielen Dank. So, jetzt braucht ihr mein Gesicht nicht sehen, ich habe auch keinen Ton, ist egal. So, Bügeleisen ist an, ne, da ist gar nichts gebügelt. Das ist, ähm, das ist, äh, Bügeleicht gewaschen. So, Bügele, ich weiß nicht, ob ich das richtig mache, ich fange ja immer an mit dem Kragen. Die Krawatte passt immer beim weißen Hemd. So, hier oben der Kragen, ja, der ist ganz wichtig. So, vom Inder, richtig. So, dann kommen die Ärmel, ja, dann kommen die Ärmel. So, wichtig ist, dass man hier ein bisschen zieht, ja, so, hier. Zack, und einmal hoch, einmal hier durch und einmal hier rüber. Das ist relativ einfach zu bügeln, das Hemd. So, äh, Regie, sind jetzt alle weg, oder was? Sind jetzt alle Zuschauer weg, oder? Schöne Scheiße. MK Ultra. Die Schmetterlinge. Au, auf dem Bügelbrett. Ja, habe ich mir extra gekauft, die Bügelauflage. Ich fand die auch süß. So, ganz wichtig hier auch, ja, beim Achselschweiß. So, erster Ärmel fertig. Bumm, zweiter Ärmel. So. Und gleich haben wir ein gebügeltes Hemd. Zack, zack, zack. Und das gleiche hier auch. Bumm, bumm. Das muss man schon sorgfältig machen. Ich bin ja da wirklich, man kennt mich, ja. Zack, zack. Und wieder ziehen. Zack. So, und dann den Leib quasi. Zack, 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 zack. Immer ein bisschen zuppeln. Nicht wahr? Dung, 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 zupp. Und hier noch. Und dann ganz wichtig. Vergessen viele. Hier oben die Schultern. Ja, ganz wichtig. Zack, 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 zack. So. Rücken. Rücken. Nochmal. Bumm, bum, bum. Und immer unter Spannung. Da, da, da. Ja, so. Du könntest mal die Jungspunde, die jungen YouTuber mal sehen, wie man ein Hemd bügelt, ja, an der Stelle, ja. Wissen die doch gar nicht, wie das geht. Ja, die haben ja gar keine Hemden. Hihi. Oh, da hat sich ein bisschen... Naja, egal. So. Hier wieder ziehen, damit es schön glatt wird. Und weiter geht die Reise. So. 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 Zack. Okay. Halt. So. Und einmal wieder die Schultern. Beziehungsweise die Schultern kommen eigentlich erst jetzt dran. Nicht vergessen. Ganz wichtig. So. Und andere Seite. Und fertig ist das gebüschelte Hemd. So schaut es einfach aus, liebe Leute. Habt das gesehen. Jetzt haben wir keine Uhr... Äh, nicht auf die Uhr geschaut. Wie viel das war? Jetzt muss ich... Bin ich gleich wieder da? Muss ich nur kurz wegräumen hier. Und dann würde ich mich umziehen. Ja. Ich bin gleich wieder da. Und dann würde ich mich umziehen. Vielen Dank. Vielen Dank. Aua, verdammte Scheiße. Oh Mann, richtig ankauen. Fuck, Nick. So, jetzt könnt ihr auch mal sehen, wie ich das jedes Mal mache von der DÜ. So. So, die Grandios, okay, jetzt passt auf. Jetzt sehen wir mal, wie ich das mache. Hier haben wir die Gramatennadel. Hier haben wir die Kopfhörer. So, die müssen unters Hemd. Oh. Halt hier. So. Das mache ich jedes Mal. Jedes Mal, bevor ich die Gramatte binde, muss ich diesen Kopfhörer hier montieren. Fünf Minuten genau hast du gebraucht. Danke, Bibi Live. So. Und ihr seht ein wunderschön gebügeltes Hemd vom RK persönlich, ja. Dann kommt der hier wieder hier rein. Und dann kommt die Krawatte. Dann kann ich jetzt ohne Spiegel, darf ich mir die jetzt binden. Super. Mein Gott, das ist hier, weil es nicht spiegelverkehrt ist, das ist hammerhart, ja. Das hat gar keinen Sinn, da reinzuschauen. Zack. 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 Jetzt Jimmy, komm hoch. So. So. Wichtig. Die Krawatte, das sieht man immer wieder mal, von solchen Lurchen, die hier, hier, ah, hier. Hier die Krawatte, dass man hier die Krawatte sieht. Das ist natürlich... Okay. 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 Aber übrigens, habt ihr es schon gewusst? Hier. Wo waren wir das jetzt? TG. TG Dalagonist. Supergeil. So. Bitteschön. Ja. Jetzt ist noch hier. Da ist dein Hintern. Du sitzt auf meiner Krawattennadel. Kind. Hä, wo ist die denn jetzt? Jimmy. Hier. Sitzt auf meiner Krawattennadel. Das kann ja auch nicht sein. Ja, also bitte. Frisch gebügeltes Hemd. Ja. Ich möchte Applaus jetzt. Ja. Ich möchte jetzt echt Applaus. Feedback-Runde bitte. Ja. Jetzt wollen wir eine Zigarette. Echt. Ich war den Tänen. Bis zum nächsten Mal.